Das erste Reset des Tages ist ein DRAW, aber ein wirklich spannender. Sie erzählen uns etwas über dein Spiel, Jan-Christoph. Ja, es war ein sehr kurzer Spiel, aber sehr interessant. Ich habe das Spiel entschieden, an dieser Linie zu spielen. Natürlich ist es wie nichts, wenn man mit dem Motor schaut, aber ich dachte, es wäre eine gute, praktische Chance. Denn die Position ist ein bisschen weirutig. Sie wissen, es ist leicht. Wenn er zu passiv ist, dann ist es leicht, um ihn zu machen. Aber Magnus hat sich gegen Levon gespielt, glaube ich, in 2019. Er war natürlich sehr gut von dieser Position. Er war sehr gut. Ja, ich dachte... Ja, ich dachte, dass ich besser bin. Aber der NX-D4 und G5 ist wahrscheinlich ein starkes Spiel für ihn. Und ich vermiss auch RUG-8, das ist sehr schrecklich. Aber ich habe sich nicht so gut gemacht. Aber ich bin so gut, dass ich nicht so gut bin. Aber ich habe mich nicht so gut mit dem, dass ich es nicht so gut war. Ich glaube, es war ein starkes Spiel. Ich habe mir so gut gemacht. Und ich habe mich einfach von 4.3 und 1.3 und 1.2. Ich habe mich nicht so gut gemacht. Ich habe mich mit dem Hubschrauber gemacht. Aber ich habe mich dann gemeint. Ich habe mich ein sehr gut. aber sein König war auch ein bisschen verantwortlich. Das war vielleicht nur ein Droll. Das war ein bisschen gefährlich. Levan war gut vorbereitet, er kennt diese Länge sehr gut. Dann gab es einen Keymont. Du musst dir sehr vorsichtig sein, um das Spiel zu halten. Ja, wenn ich Ruggi-Gate verloren habe, muss ich natürlich vorsichtig sein. Aber Levan spielt so lange schon so hoch, dass es so schwierig ist, dass es ihm zufrieden ist. Ich meine, wenn ich C3 im ersten Spiel spiele, dann würde er schnell spielen. Oder andere Länge. Ja, ich meine... Ja, aber ich glaube, es war noch nicht ein schlechter Wahl. Okay, und in total, wie fühlst du das Tournament? Ja, natürlich bin ich sehr glücklich, dass ich hier spiele. Ich habe einfach vergessen, wie ich Klassiker spielen habe. Und ich glaube, ich bin ein bisschen stärker. Natürlich, nach dem ersten Spiel ist es... Ich meine, manchmal ist es notwendig, um zurückzukommen. Aber ja, außer dem ersten Spiel ist es ziemlich solid. Okay. Tomorrow will be the rest day. You will join us for the Carnival and have some fresh eyes, new ideas, and then straight back with at Tuesday with round five. And we wish the best of luck for you for the next trip for the rounds. Yeah, I'm looking forward for some inspiration tomorrow. And yeah, thank you. Thank you very much. Bye. Bye wurde. Bye wurde.